Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Road2Deal. Es wird mir wieder Zeit, dass ich ein bisschen die Unika auspacke und ein paar Schweinepriestern auf die Fresse gebe damit natürlich. So, wir spielen hier auf normalen Stage of Shanghai ist die Map und mal schauen, ob wir jetzt ein bisschen was reißen werden hier. Ich bin mir nicht sicher, ich habe in letzter Zeit wirklich viel Ballery gespielt, aber nicht mit der Pistole. Also Pistol Only habe ich nicht gespielt in letzter Zeit. Und ich denke, ich werde auf die Schnauze kriegen, aber das ist eh schon vorprogrammiert. Ah, super, werde ich wiederbelebt und dann kriege ich wieder auf die Schnauze. Es geht um Headshots, also werden wir uns auch ein bisschen darum kümmern, Headshots zu verteilen. Mal schauen, ob ich das auch hinbekommen. Ob ich das hinbekommen, das ist auch kein Deutsch. Gut, ich weiß sowieso nicht, wieder mal nicht, wo wir denn überhaupt mit den Headshots stehen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier, verdammte Scheiße. Wo war denn der jetzt? Ah, da oben, die Sau. Ja, der hat mir gezeigt, wie es geht. Der hat mir gezeigt, wie es geht, der Hohenzau. Ja, ich habe es gesagt. So, okay. Dann werden wir mal schauen, dass wir hier das ein bisschen anders angehen. Ich werde jetzt hochkommen zu dir, du Schwein. Ich werde jetzt hochgehen zu dem. Ich werde jetzt hochkommen zu dir und dann bekommst du in den... In your face bekommst du jetzt. In your face bekommst du jetzt. Ah, super. Da fährt er hoch ohne mich. Habe ich schon gesagt, dass ich die Unica hasse. Habe ich euch das gesagt? Ich glaube schon, ja. Ich hasse die Unica. Größte Dreckswaffe, die es gibt. Ah. Die Unica ist die größte Dreckswaffe, die es jemals in Battlefield gab. Ja. Der größte, letzte Scheiß, den es in Battlefield jemals gab. Und das ist wirklich so. Diese Waffe hier ist für den Anus. Jawohl. Wenigstens eingetütet, aber kein Headshot. Denkst du dich auch nix. Ich muss mich nur konzentrieren hier. Ich muss mich nur gut konzentrieren, dann passt das. Ich komme jetzt nicht, fahre jetzt hier hoch zu den Wichsern. Ich mag die Unica überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Da ist einer. Komm, den hole ich mir. Yeah, Baby. Hahaha. Headshot. Scheiße. Wenigstens habe ich einen Headshot geschafft. So muss man da lang gehen. So sneaky. Like a... Like an Assassin. Jawohl. Wie ein Assassin. So muss man da lang gehen, da. Wow, wow, wow. Äh. Da hat er mich schon weggeholt mit dem neuen, bevor ich überhaupt gesehen habe, wo er herkommt. Die Saudi. Aber wir sind wieder ein Stückchen näher. Das ist schon mal ein Vorteil, Batches. Wir sind ein Stückchen näher. Das ist super. Wird hier wahrscheinlich wieder eine kurze Runde. Ich werde wahrscheinlich wieder nicht weit kommen, aber wir haben wenigstens ein bisschen was getan dafür. So, hier vorne ist doch gleich wieder irgendjemand. Wo ist er denn dieser? Wo ist er denn dieser? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Yeah. Noch ein Headshot. Das funktioniert doch. Ah, scheiße. Kein Headshot leider. Aber wenigstens habe ich ihn geholt. Wieso ist er denn gesprungen, die Sau? Ich habe schön auf den Kopf gezielt. Wäre er nicht gesprungen, hätte ich ihn gekriegt vielleicht. Wo, 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 zurück, zurück, zurück. Okay, zurück. Er wird jetzt wahrscheinlich hochkommen. Nein, er kommt nicht hoch. Hier kommt er. Nein. Scheiße. Egal. Kann man nichts machen. Ich werde auch von hinten geholt geworden. Also kann man ja nichts tun, leider. Verdammte Bitches. Das ist aber ein Team. Aber wenigstens habe ich hier keinen Rage drauf wie mein letztes Mal. Jetzt bin ich wenigstens hier ein bisschen cool. Mein letztes Mal habe ich ja so geraget, das glaubst du gar nicht, ey. Jetzt bin ich hier wenigstens cool. Das passt schon. So, da drüben sind welche, da drüben sind welche, da drüben sind welche. Das ist schön, das ist schön. Und. Schön an, wir sehen auf den Kopf. Mir ist es eigentlich egal, ob ich sterbe. Ich möchte nur einen Headshot machen. Und treffen Scheiß. Das ist ein Wahnsinn hier. So, warte mal. Mir hat einer gesagt. Aus der Hüfte ist es irgendwie besser, mit dem zu schießen. Wurde mir gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Oh, ich habe ihn getroffen. Mir kommt doch wirklich vor, dass es wirklich voll verpackt ist hier mit dem Schießen. Der Scheiß, drei Gehrer. Meine Fresse. Jetzt habe ich wieder eine super Frisur hier. Schaut mal. Wahnsinn. Nee, aber. Mir wurde gesagt, dass du aus der Hüfte hier auch irgendwie besser schießen kannst. Aber ich bin mir nicht ganz wirklich sicher. Ich kann auch, wenn ich zoome oder wenn ich normal schieße, ohne Zoom kann ich hier nichts treffen. Und außerdem, er schießt sechsmal, aber es sieht so aus, als ob er zweimal schießen würde. Weil die Animation irgendwie im Arsch ist. Das ist echt ein Witz hier. Oh Mann. Das ist wirklich ein Witz. Ah. So ein Scheiß. Oh oh. Oh oh. Oh Mann. Okay, die flankiere ich jetzt. Die flankiere ich jetzt. Die flankiere ich jetzt. Jetzt komme ich hier von der Seite. Scheißdreck. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein. Das war jetzt verdammt scheiße von mir. Ich war hinter zwei und ich hätte nur zwei Headshots machen müssen und dann wäre es erledigt gewesen. Aber nein, ich feile wieder hier wie der letzte Vollidiot. Schaut mal, seht ihr das? Das ist einfach ein Animationsfehler bei der Waffe. Wieso behieben die das nicht? Yes, Headshot Baby. Wieso beheben sie diesen Animationspark nicht? Ist das so schwer? Fuck, ich treffe ihn einfach nicht, ey. Ah. Das gibt's doch nicht. Diese Waffe ist zum Scheißen gehen. Ohne Witz. Ist also noch ein Kumpel gemessert hier, weil er noch weniger kann als ich. Oh oh. Yeah, Headshot. Geiler Scheiß. Oh oh. Fuck. Nein, mit der Degel kannst du das einfach besser. Mit der Degel geht's einfach besser als mit der scheiß Unica. So, ich habe einen Ghost Ring bekommen. Den werde ich jetzt draufschmeißen, weil da kann ich mit dem ein bisschen besser zielen. Wenn wir gleich mal tasten hier. Wir sehen, bin ich heute gechillt. Heute bin ich mega gechillt. Heute bin ich ganz cool, locker, elastic Draft, weil ich... Ja, es bringt sich eh nix hier auf, sich aufzuregen. Diese Runde hier ist eh nicht so auf... Oh, das ist um einiges besser hier zum Zielen. Um einiges. Ich wollte jetzt sogar den Kill stehlen, damit ich den Headshot mache. Ah. Ja, der hat mich erwischt. Direkter Headshot. Hätte ich eigentlich machen sollen bei ihm, aber okay. Funktioniert halt nicht, ne. Gut. So, da oben sind wieder welche. Oh, da oben sind einige. Yeah. Direkter Headshot. Hahaha. Es läuft, es läuft. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wo es er, wo es er ist, wo es er ist? Wo es er, wo es er? Da ist er. Oh, nee. Wie lang geht das denn hier überhaupt? Ich weiß jetzt gar nicht. Geht das bis 300? Ich glaube ja, es geht, glaube ich, bis 300. Muss ich gleich mal schauen. Bis 300 ist eh gut. Es ist hier ne gute Zahl. Ja, bis... Ne, bis 2.50 Uhr geht's. Ja, noch besser. Noch besser. Schöne, knackige, kurze Runden sind die besten. So, ich werde mich jetzt hier nochmal konzentrieren. Ah, ja, bevor ich da was machen konnte, war ich schon weg. Super. Da habe ich meine Konzentration. Gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. Diesmal in Stealth-Mode. Wer beschießt denn da? Alter, die Unika ist... zum Kotzen. Na, wenigstens hier... zurückgemessert. Ah, Mann. Wäre normalerweise ein mega leichter Headshot gewesen, weißt? Aber nö. Ja, aber kein Headshot. Leider. Schade. Zehne nur Headshots. Fuck. Oh, Mann. Na gut, ich sehe gleich vorbei. Ich sehe gleich vorbei. Wenigstens haben wir ein bisschen. Wenigstens haben wir ein bisschen was geschafft. Oh, dann kriege ich. Ne, doch nicht. Na super. Mit der Unika... ...dürfst du noch weniger, du. Ne, aber was soll das? Wieso patchen die nicht die Dex-Waffe? Da sieht man doch, dass die im Arsch ist. Ah. Meine Fresse, ja. Gut, Runde vorbei, Leute. Das war eine Runde. Roach to Regal. Wenigstens habe ich ein paar getroffen. Und jetzt machen wir gleich im Anschluss mein erstes Mal mit irgendeiner Waffe. Ciao, Leute. Hau rein. Ciao, Leute.